Weiterhinter! Weiterhinter! Ja! Kleine Abposition von vorne. Wolfgang noch nicht posen, kommst da dran. Beine! Latissimus-Pose! Latissimus-Pose! Seitliche Brust-Pose! Doppelbiet-Felsen-Rückenansicht! Warte mal kurz, kurz die Pause. Warte mal, spannen. Schick schon nach vorne. Ihr nehmt euch hier gegenseitig Licht weg, so ist es besser, damit man jeden sehen kann. Okay? Alles klar, alles in der Reihe. Super. Du hast dich selbst verlegt. Doppelbiet-Felsen von hinten. Doppelbiet-Felsen-Rückenansicht nochmal. Doppelbiet-Felsen-Rückenansicht nochmal. Ja! 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 Danke schön, seitliche Trizeps-Pose. Ach! Ja! 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 Der Vergleich Bauch und Beine. Dankeschön.